Moin Moin Mensch Midguards, heute spielen wir Get The Fuck Out, oder GTFO. Zutritt, nen Bot wollten wir nicht haben. Ähm, ja, ist für uns alle die erste Runde. Also werden wir ordentlich auf den Sack kriegen, weil das ja als Hardcore-Shooter zählt. Mit dabei ist der Gabi. Hallo, hier bin ich. Und lass mich gleich, ja. Und die Mary. Hi. Ja. Gut, fangen wir an. Oh Gott. Bin ich mal gespannt, wie das Game so wird, ja. Käfigabwurf initiieren, ja. Na denn, Attacke. Auf. Ja, ich bin hier in so ner Kapsel. Wie sieht's bei euch aus? Ja, auch. Ich, ja. Es regnet. Oh, ja, es geht auf. Okay, ich hänge in irgendeinem... Ja, ich weiß nicht. Die im Vergnügungspark. Oh, hallo. Das ist... Oh. Hallo. Ähm, bist du das? Ja. Oh, ich muss gleich kotzen, das ist hier zu schnell. Boi. Alter, was geht denn jetzt ab? Epilepsie-Warnung. Oh. Ein rotes Licht, was tut es? Die Freefall Tower im Heidepark, oder was? Hm. Was, reanimieren sie? Die Neugeborenen, was? Irgendwas stand da eigentlich? HSU-Einheit. Die Neugeborene. Ja. HSU-Einheit stand da irgendwie. Oh, das ist schön. Die Neugeborenen. Ja. HSU-Einheit stand da irgendwie. Okay, ich hab Angst. Ja, wie ihr gesagt, das zählt als Hardcore-Shooter. Also... Was ist das? Alles das, was wir nicht sind. Ja. So, was haben wir hier? Hier liegt irgendwie was rum, alles. Neonator ist aufheben. Wenn ich wüsste, was das ist, hat jemand mal ein Lexikon bei? Nee, aber ich hab ein Radar auf meiner Waffe. Ich weiß nicht, ob die vier Punkte da vorne... Jau, sind Gegner. Ach, das ist das Spiel! Ich hab so aufgehoben die Einheit, aber jetzt hab ich nichts mehr zu schießen. Was? Kannst du durchschalten? Ach, das wollte ich doch nie spielen. Oh, jetzt spiele ich das mit euch. Oh, so ein Dreck. Guck mal, hier vorne sind drei Gegner, die da so rumstehen. Hier sind vier. Ich hab den Radar. Die zwei... Ich sehe erstmal nur zwei. Zwei mittleren. Ich weiß nicht, ob wir schießen sollten oder uns ranschleichen sollten mit dem Hammer. Das Licht blendet hier einfach nur... Der eine bewegt sich, der macht merkt mal die Geräusche. Ich glaub, ich bleib mal stehen. Ich erkenne nichts, bei mir ist das so hell. Wie kann man Gegenstände eigentlich weglegen? Weglegen? Keine Ahnung. Das ist eine gute Frage, ja. Unten steht bloß... Oh, 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 oh. Oh Gott. Also ich bin jetzt von drei umzingelt. Der eine ist sehr nah an mir dran und der hat irgendwie einen ganz anderen Kopf als die anderen. Der hat irgendwelche schwarzen Kristalle da rausgucken. Wie duckt man sich? Steuerung? Umschalten. Oder? Ne, ja Steuerung, genau. Wie in jedem Spiel? Ne, es ist sonst immer hier ähm... Schifte sprinten oder manchmal so alt. Oder C. Ja, C ist, äh, äh, die Nahkampfwaffe. Also ich hab hier einen Hammer und ich hab hier drei Leute vor mir. Ich brauch aber Unterstützung. Ich kann ja nicht... Einer von Boxe... Ne, ja. Aber guck mal, eh genau. Und da ganz rechts steht noch irgendwo einer. Also es müssen viere sein. Auf dem Radar hab ich viere gesehen. Ja, ich bin so nah an dem dran, der flackert ständig, wenn ich mich bewege. Ja, der... Ah, ah, ah. Ja. Ja. Ja, lass Andy den einen von hinten erlegen und Marianne schießt den Rechten einfach mit der Knarre in den Kopf. Ich sind aber vier. Ah, vier. Ich seh nur drei. Ich bin vier. Ich seh aber auch nur drei gerade. Also Markus, weil ich vielleicht fände irgendwo, dass du redlos wirst. Aufpassen. Aufpassen, der blubbert. Kannst du nicht nochmal bei der Einstellung schnell gucken? Oder warte mal. Kannst du das irgendwie feilen lassen mit F oder G oder sowas vielleicht? Die hab ich ja schon versucht. Warte, was... Ja, wo ist denn ja, äh... Was ist das für Gerätschaften, ey? Das ist die Schrot. Das ist meine Pistole. Das ist der Hammer. Ach so, das wird der... Ah, da steht ja auch vorm Generator hier. Irgendwens geht noch Verlangsamung oder was auch immer das hier macht. Genau. Türen verriegeln. So. Was ist denn, wenn du Y drückst? Nee. Hm. Hm. Gute Frage. Man sieht, dass ihr für Maschinengewehr und Stromgewehr 60 beziehungsweise 50% Munition habt. 59 für die MP. Also wir fangen ja gar nicht voll an. Wir fangen ja schon mit nur ein bisschen mehr als die Hälfte an. Das ist ja schrecklich. Sleepers. Also hier steht nix mit... ...fallen lassen. Soll ich die wieder da reinlegen? Wenn das geht? Machst du ja auch. Ich hab sie da... ...vor auf den Boden gelegt. Naja, dann... Ich weiß nicht, ob man die mit E gedrückt hat... Ah, okay, ja. Länger E gedrückt hat und dann kann man das Ding auch ablegen, ja. Ach so, okay. Okay. Das war jetzt... Komisch. Ja, dann ranschleichen an die zwei da drüben. Dann boxe ich den hier links. Der steht in der Vorsicht. Müsst schleichen. Vielleicht hier steht einer. Oh, 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 oh. Scheiße, 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 scheiße. Lieber stehen bleiben denn. Also, wenn die Flakon einfach stehen bleiben. Schifters. Nee, einfach kriechen. Also, ducken. Ihr seid ja schon geduckt. Ja, ducken und langsam ducken. Hm. Jo. Jetzt alle mit nem Hammer oder soll ich die anderen wegballern? Ich weiß nicht, ob wir schießen sollten. Also, in dem Video, sobald wir die Chancen haben, gingen richtig die Action los. Naja. Ja, langsam nach und nach ranschleichen und die die Köpfe wegkloppen. Ja, weil die meckern die ganze Zeit hier. Ja, immer mal einen Schritt näher ran gehen. Ah, jetzt meckert der. Oh, 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 oh. Scheiße. Aua. Aua, die schießen das aus ihrer Birne. Ja. Alter. Ja. Okay, ich hab zwei hier. Hier krabbelt einer. Wieso schießt denn einer nicht? Ihr schießt. Oh Gott. Achso, ich muss gehalten. Ihr schießt. Okay, was sagt der Radar? Von wo, wie, was? Ist hier noch irgendwo wer? Warte. Hier hinter sind noch zwei. Da rechts in der Ecke könnte noch einer sein, ja. Ah, meine Taschenlampe. Nee, also ich sehe bloß hier hinten, hinter der Tür sind zwei. Okay, hier ist irgendwie, achso das ist der Gegenstand. Haben wir irgendwo ein Terminal gefunden bisher? Wollen wir mal eine Taschenlampe? Ach cool, ich hab den Schrank aufgekloppt mit dem Hammer. Was ist denn hier drinnen? Uh, wie viel Pack. Okay. Hier stecke ich das weg, so. Okay, cool. Hier ist glaube ich erstmal nix, also nur am Anfang. Wir müssen also einen Terminal finden, haben wir irgendwo eine Map? Ähm? Map ist Tab. Okay, wir brauchen also einen Terminal, wir sind in Zone. Ich hab hier noch einen Medipack gefunden. Wie viel, also Gesundheit habt ihr? Cool. Oh Gott, ist das hier unten? Ich hab noch 83. Ich hab 69. 76. Hier sind auch noch Granaten und so. Wenn ihr eine Karte offen habt, seht ihr auch, was die anderen haben. Schlossschmelzer. Ähm, ja, wir haben ja jetzt hier auf der Karte, kann man auch markieren. Achso, da. Hier, guck mal. In die Richtung könnten wir natürlich, wir könnten auch hier weiter gucken. Ach, die gehen auch weg dann ja. Mhm. Ich glaub, das geht da oben weiter. So, was sag denn, wo ist denn unser Ziel? Ähm. Das weiß ich gar nicht. Stand da voll mal ein Ziel dran, oder nicht? Ziele und Booster? Okay. Wie mehr hat sie? Reanimieren Sie die neu geborene HSU-Einheit. Nutzen Sie den Befehl Query an einem Terminal, um Informationen über den Standort von NCR A02 zu sammeln. Okay, also wir müssen an den Terminal kommen. Oh Leute, du siehst mal... Habt ihr die Karte offen? Ja. Leute, guck mal, man kann... Ja. Hat der Indy grad schon markiert, ja. Ja. Oh, da wird ein Herz gemalt. Weil ich rot hatte, hab ich mir gedacht, mach mal was Schwules. Ne, das find ich cool. Dass man denn so, wenn man gemeinsam die Karte aufmacht... Ja, das ist wirklich fantamt gut. Also, das ist maximal innovativ, ey. Ja. Dann kann man sagen, guck mal, wir müssen hier lang, da... Ähm, hier liegen noch zwei Schlossschmelzer. Mhm. Ich nehm... Einen mit. Ach, ich nehm mich beide mit, oder? Ach nee, ich kann nur einen mitnehmen. Den anderen will er nicht. Boah, Mensch. Hab ich jetzt. Oh. Was steht denn hier drüben noch schönes? Das muss ne... Ne Box, okay. Äh, wo ist denn die Tür, die wir eben hier markiert haben auf der Karte? Hä? Ist die hier nicht? Na, hier ist doch irgendwie was. Ja. Ich glaub, da ist nix. Da passiert nix, glaub ich. Ne, okay. Ne, das ist anscheinend nur so, oder? Ist irgendwas mit Zone, ja. Was ist denn das hier dann? Sind das Schränke, oder was? Auf der Karte? Schränke? Was meinst du denn? Na, auf der Karte gibt's doch noch so eine kleine Rechtecke, sozusagen, die so aussehen wie zwei Felder, so, genau. Das war ein Schrank, ja. Das sind, also... Ach so, ja. Das hier sind Schränke. Das und das sind sowas wie Schränke, okay. Ja, das sind Tore. Das heißt, wir können jetzt quasi entweder in diese Richtung weitergucken. Ja. Oder einen von den beiden Türen öffnen. Ja, hier stehen zwei. Hier stehen zwei. Hier stehen zwei. An der mittleren oberen Tür. Hier. Ja, hier ungefähr und hier. Warte mal, was sagt denn der Gang hier hinten noch? Um zu gucken, ob hier irgendwo was ist. Warte mal, ist das hier nicht ein Terminal? Sieht so aus, ja. Ja, könnte möglich sein. Oh, hier musst du doch die Befehle irgendwie, äh... Glaub ich, eine Makulatur gerade, oder? Oh, hier stehen... Ja, hinter der Tür sind... Soll ich F? Äh... Vier Stück? Nein. Vier, ne? Den lässt den anderen gehen, wo die sagtest, es sind nur zwei. Bei drei auf einen Fleck und einer vor der Tür. Hier waren nur zwei, hast du gesagt? Ja. Da sind nur zwei, ja. Die stehen so, ja, leicht rechts vorne. Die müssen das Schloss aber hacken. Oh, die macht mal die Taschenlampe an. Mit F. Wie Flash, halt. Geil. Ja, das ist natürlich nicht schlecht, aber dann sehen uns, glaube ich, auch die Gegner wahr. Ja. Ja, schnell. Ich versuche mal durchs Schloss zu hacken, ach die Scheiße. Wie hast du denn schon gesehen, dass da zwei dahinter sind? Ich habe hier diese Waffe mit dem Radar dran. Okay, ich habe das Hacken geschafft. Hm? Die können jetzt öffnen. Ich wollte, wie gesagt, die Teile... Wo ist denn mein Hammer? Auf eins. Oder drück C. Okay. Auf Schnelltaste. Da steht der vorne. Okay. Und dahinter müsste noch einer stehen. Warte mal, ich kann hier nochmal gucken. Hier hinten links steht noch einer, ja. Das ist so ein liegender, okay. Ich würde den hier in der Ecke einfach auf den Kopf hauen. Ja. Ah, hier sind zwei hier. Ja, ja, ich sag halt, einer, der liegt hier und hinten liegt noch einer. Ja. Oh Scheiße. Shit. Der andere hat mich bespuckt. Oh, oh, oh. Wo ist noch einer? Da hinten war. Kamen noch Geräusche. Ja, ja, da hinten. Oh nein. Oh Gott. Oh, jetzt so. Okay, wir sollten anfangen zu schießen, glaube ich. Ja, warte. Das Schießen ist hier komisch. Vorsicht, Markus, nehm hier. Hä? Happen, Happen. Ich muss hier. Oh, Alter, meine zieht echt hoch. Oh, der hat mich getroffen. Ist hier leicht hier gerutscht? Scheiße, ich mach mal die Tür hinter uns wieder zu. Ich kann die, die muss hacken. Von der Seite auch. Ich will da bloß die Tür zu machen. So. Ja, hier drinnen sind keine mehr. Aber man hört sich. Wie sieht's bei uns mit der Treffer aus? Markus brauchen Medi und ich eventuell auch? Ich hab, glaube ich, nur eins. Aber es scheint so, als wenn in dem Raum hier ein Terminal ist, oder? Zugangsterminal. Und da muss ich jetzt was eingeben? Querti? Hm. Keine Ahnung. Ist kein gültiger Befehl. Kann auch mal jemand nachgucken? So, guck ich denn das nach? Warte mal. Tab. Da oben. Nee, nicht Querti, sondern nur Query. Okay. Das heißt Query. So. Fehlende Parameter. Einsatz. Query ID. Die ID des Ziels. Beispiel. Query HSU-123. Okay. Äh, wie hieß das Team, was wir suchen? Ich weiß nicht mal, wo ich das finde. Auf der Karte und da kannst du oben umschalten. Ach da. Äh, Ziele und Booster. Okay. Wie heißt die Truppe, die wir suchen? Irgendwas mit 402 war das. Ähm. Oh, ist das klein? Wo ist der Standort? Ja, ist die einfach. Standort von NCR-A0. NCR-A02. Oh, ist das eine kleine Schrift. Hilft das so? Wird abgefragt. Okay, scheint zu funktionieren. Cool, ey. Ja, ja. Hat sich geändert hier. Wird abgefragt geschlossen. Zu Zone 49. Genau. Und finden sie... Ah, okay. Ping aus der Reichweite gehen sie in die Zone 49, um Distanz zu verringern und das Ziel zu lokalisieren. Cool, Alter. Muss hier richtig hicken. Ja, das ist echt cool. Das ist schon pervers cool gemacht. Das ist echt ideal. Ach, wir sind die Zone... Ah, wir sind Zone 43. Dann müssen wir die Zonen... Ja, wo müssen wir denn immer da lang? Wir müssen Richtung 249 finden. In der Richtung? Ups. Da unten ist 43. Ja, in welcher Richtung müssen wir? Wir müssen einfach mal durchprobieren, wa? Nein, das ist 43-A. Und der muss ja hier irgendwie... Wir drinnen 43-B sein, 43-C. Alter, wie weit müssen wir denn latschen? Du Scheiße. Die Sache ist die, wollen wir in die Richtung hier gehen? Weil die anderen Türen sind rot. Ich weiß nicht, was das heißt. Ich weiß nicht, was das... Ja, ich weiß auch nicht, was das bedeutet. Dass du die nur hacken musst, glaub ich. Weiß ich nicht, war die andere auch rot. Hör mal, hier geht's Richtung 43-D. Wo geht denn die hin? Zone 45... Ah, hier! Die Tür sind Notverregelungen. Keine Operation möglich. Da, wo ich grad stehe. Hier, guck mal. Übergang zu den Sicherheitszonen Z46 bis Z49. Aber wir mussten nach... 49? Ja, Z49 müssen wir. Also hier durch. Das heißt, wir müssen in die Richtung. Hey! Ich habe einen Weg, um diese Tür für dich zu unlocken. Was ist denn jetzt? Aber du musst etwas für mich erst machen. Es ist ein Terminal neben dir. Ich brauche dich, etwas für mich zu schreiben. Wir geben sich Zone 44 und finden Sie Computer Terminal. Habe ich doch gerade. Wurde man gerade, ja. Oh, hier! Was? Recycle Group 7-A-4-2, okay? Recycle Group 7-A-4-2. Time to get the revolution started. Hä? Was wollt ihr jetzt? Ich weiß nicht genau, was er gerade will. Es steht ja da. Begeben Sie sich Zone 44 und finden Sie ein Computer Terminal. Ja. Einfach mal ignorieren vielleicht. Aber wir sind doch in... Wo sind denn wir? Wir sind in den 43. Wo ist denn die 4? Wir sind in Zone 43. Wo ist es 44? Ach so. Weil das schon 45 ist. Das ist 45. Ach, diese HSU-Einheit. Das ist auch 43. Das hinten ist auch 43. Ja, hier hinten ist 44. Hier. Stimmt. Dann sollen wir jetzt erst mal hier rein. Also die Geräuche von unten. Kann ich denn diese HSU-Einheit mitnehmen? Ach so, das von Anfang? Ja. Äh, brauchen wir das? Ja, weiß ich nicht. Wahrscheinlich, ja. Das ist ja diese Auftragsportion in 44. Ja, ne, dann müssen wir das mal mitnehmen. Ich glaub mal nach. Läufer, renn's da. Wieviel sind hinter der Tür? Gar keine Ahnung. Also hier steht dran. Sicherheitssequenz starten. Ich komm mit der HSU, Herr Neid. Wir müssen uns, glaub ich, vorbereiten, dass hier welche durchkommen. Ich weiß gar nicht, was das hier ist. Was hab ich denn hier? Kann ich mein Inventar irgendwo ansehen? Was ich für Zeug bei habe? Kann ich dir nicht sagen. Ach, das ist ein Tool-Refill-Pack. Okay. Das, ich hab aber auch noch ein Schlossschmelzer. So, und das kann ich jetzt hier, damit kann ich was machen? Verlangsamen? Ich hab was für Stolperminen, ne? Ich test mal was. Okay. Oh lol, okay. Warte mal, auf den Boden? Oder muss ich die damit direkt starten? Ne, okay, das scheint zu funktionieren. Damit verlangsamen wir die denn. Okay. Warte mal, ich würd mal genau wissen, was meine macht. Na, deins ist doch ne Centvegan oder nicht, das Ding schießt. Kann ich damit nicht irgendwie auf ne Tür zu lassen? Ach, das Ding ist schon alles. Ach du Scheiße. Auch wenn ich drauf drücke, gucken, no moving, dass sich keiner bewegt. Wie benutze ich die Gegenstände? Zum Nachfüllen. Weiß ich nicht. Mit E. Achso, mit E. Ich wollt mein Zeug nachfüllen, geht aber nicht. Kommandoliste ist Q. Kommando Q? Halte links zum Sprechen, Tab für die Karte, Eingabe zum tippen, ja. Aber das würde ich alles nicht. Ich hab hier so ein Nachfüllpaket und muss das in meinen Gegenstand reinpacken. Das ist ne gute Frage. Wie fühl ich denn die nach? Das anpicken, okay. Ich wollt die Tür hier bloß zumachen, okay, na gut. Dann machen wir jetzt hier einfach... Hast du die Sentry gerne irgendwo hingestellt? Hä? Na du hast doch... Wie so ein Geschützer. Du hast doch deinen Geschützturm, Mary. Stell den doch hier in der Ecke, dann kann er nicht von hinten angegriffen werden. Wie kann ich mich denn hinstellen? Auch mit E? Das weiß ich nicht. Probier mal ja. Nee. Habs ja, der guckt nicht auf die Tür, sondern dass er hinter uns sichert. Achso. Kannst du das irgendwo hier hinstellen? Kann ich jetzt nicht mehr markieren, Alter? Kannst du ja noch markieren? Ach, scheiße. Ich weiß nicht. Ach, wir müssen mal nochmal Steuerung gucken, Alter. Ist das jetzt hier wirklich... Ich muss auch mal gucken, wie ich das Zeug nachfülle. Kann ich in die Steuerung haben? Ja, Einstellungen. Tastenmaus. Benutzen E-Anti... Benutzen E, ja. Nahkampfwaffe, Primärwaffe, Spezialwaffe, ja. Schick. Ressourcenpaket wählen ist die 5. Ja, habe ich doch. So. Wie benutze ich denn das Ressourcenpaket? Weil er nutzt das immer nicht. Ressourcenpaket wählen, ja. Stimmt. Ach, das hier muss ich benutzen, was? Das andere ist denn was? Ich benutze ich das. Gebe ich das jemandem? Ja, ich kann es nicht. Ich finde es auch nicht, wo ich es hinstellen kann. Ah, jetzt habe ich für mich selbst benutzt. Okay. Das heißt, ich musste doch... Ja. Ich ging mit E. Das heißt, jetzt kann ich mit dem die Käfer da... Irgendwelche Blubberblasen dran schießen? Damit die hier nicht so schnell von der Seite herankommen, oder was? Was? Hast du die Centwilen ergehen stellen können? Nein. Komm sie. Wir müssen uns vorbereiten. Das habe ich gerade gesagt. Ja, ich weiß. Nee, okay. Dann würde ich jetzt einfach mal die Türsequenz gestorben. Ich weiß es nicht. Also mit Ehe geht bei mir nicht. Okay, wir müssen alle hier stehen. In dem Kreis. Schön. Wo das Ding drin die Blubber heißt. Ja, und jetzt? Na 100%. Das macht Lärm, oder? Da haben wir jetzt unser ganzes Zeug verbraten, weil ich dachte, hier kommt die wird eine Menge. Na gut, dann haben wir jetzt... Dann haben wir ja zumindest eine Sicherheitszone so ein bisschen. Kann man im Notfall zurück sprinten und von hier aus falten. Können die Licht überhaupt sehen, mit ihren Köpfen? Das weiß ich ja nicht. Vielleicht gibt es auch welche die Licht sehen und welche die keins sehen. Will mal jemand anders ans Terminal und sich das angucken? Nee. Nee, hier. Geh ruhig mal ran. Zugangsterminal. E drücken. Okay. Ein verfügbares Protokoll. Help eingeben, um Hilfe bei der Benutzung des Terminals zu erhalten. Also erstmal Help. Unterstrich? Oder ist es egal, ob die... Ich sehe, was du eintippst. Cool. Ja. Help ist kein günstiger. Wie macht man die unten? Ja. Alt. Achso. Dadurch, dass er eintippt ist... Ist das nicht mit Shift einfach nur? Wenn du davor stehst, sehe ich den Bildschirm nicht. Achso. Also da, wo die zwei ist... Mann, wie war denn das? Wenn du Alt drückst, sprichst du im Spiel und dann habe ich dich doppelt. Achso. Ja, wie macht man die Unterstriche also unten? Na, mit Shift einfach nur Shift oder nicht? Guck mal, habe ich nur die oben, ja. Mach, mach du mal. Welche Striche meinst du überhaupt jetzt? Genau. In Unterstrich. Das Kommando da einzugeben. Help. Kannst du da Help eingeben? Oder einfach nur Help eingeben? Okay. Dann gib einfach nur Help eingeben. Ähm... Comments? Hui. Scheiße. So, was muss man jetzt... Was soll man hier überhaupt suchen? Was soll man hier machen? Ähm... Recycling-Clue? Sollst du das vielleicht eingeben? Ja, gib mal... äh... Ober... Hier diese Anführungsstrichen oben? Die brauche ich nicht. Achso. Recycle. Also R-E-C-Y-C-L-E. Unterstrich. Steht hier, glaube ich, sogar schon bei. Group. Untenstrich 7-A-4-2. Ich denke... Ja, Group noch Unterstrich 7-A-4-2 oder nicht? Ja, habe ich doch schon. Befehl wird ausgeführt. Es geht das Ding los. Warte mal. Muss ich noch was machen? Warte in den Kreis hier. Ja, der holt ja irgendwas aus dem Schrank, geht es quasi raus, oder? Ah, okay. Aus dem Lager? Ja. Ja, da... Wo gefangen wir denn aus? Keine Ahnung. Da ist ja gleich fertig, 85, 90, 95, 100, so. Und jetzt? Jetzt zur Zone 45. Guck mal, mein Zeug ist leider verschwunden. Das hält also nicht unendlich. Kann ich die Mine nochmal mitnehmen? Ja, die kann ich wieder mitnehmen. Ich nehme diese HSU-Einheit mit. Mal 245, ja, okay. Ja, was ist das? So. Okay. Also, hinter der Tür scheint... Äh, ich höre von hinten was. Was? Was macht der Scanner? Warte. Ich sehe aber nix. Nix. Scanner zeigt. No moving. Oh. 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 Scherbe. Scherbe. I am going to wake up Maddox first. He's a clever one. Mechanically minded. Might be able to make us tools or even weapons. Hier müssen wir den wahrscheinlich weiter, wa? Ja, also die Viecher sehe ich gerade. Sitzt hier. Und pull here. Was macht der gerade? Komm schon raus. Ach, der holt irgendwas raus. Ich hab Angst. Wann müssen wir jetzt eigentlich lang? Der liegt aber so zu nichts mehr. Der Typ macht irgendwas nicht richtig. Mir liegt noch was, ein Autofakt. Aufseher-Auto-Fakt, ja. Der liegt auch was. Okay. Das Sammelobjekt da ist. Ja. Das ist hier. Was macht er denn mit dem? Würde ich ansonsten jetzt die Tür hier aufmachen. Ja. Äh, was? Wo seid ihr? Ach, da. Warum hast du mir das gemacht? Sagt der Scanner irgendwas? Äh, äh. Ich schreie schon. Da ist noch ein Aufseher-Artefakt, sondern noch eins. Ich hab meine Nose. Ne, hier, wo ist hinter der Tür? Zone 46, stehen vier. Hier ist ein Schloss zum, zum Knacken an einem Schrank. Ich versuch mal mein Glück. Hm. Wie ist ein Knicklichter? Zone 48 stehen. Oh, da stehen einige. Oh, ich seh nicht wie viel. Oh, wer macht denn hier Lärm? Ich? Oh. Hast du verklickt das? Mit dem Hacken. Drei, vier, sechs. Okay. Ich hab jetzt auch ein Medi-Pack gefunden. Ich wusste nicht, dass das Lärm macht. Und ein Amo-Pack hab ich auch. Ich nehm mal B. Drei, vier, fünf. Okay, ich hab sonst noch mal... Was war das? Ah. Ich hab nur so ne Schaumgranate. Ah. Ich wusste nicht, dass die so funktioniert. Okay, ja, das ist ja unsere erste Runde, mein Gott. Ja, mein Gott. So, da ist 247. Also, denke ich mal, wenn wir 249 wollen, müssen wir weiter in die Richtung. Hier gibt's noch ein Zugangsterminal bei mir. Ja, hier steht noch einer, ja. Ich weiß nicht, ob wir das brauchen. Wir müssen ja jetzt erst mal 249 erreichen. Ja. Ja, jetzt ist die Frage, welche Richtung? Wird's hier bei Forte? Das Problem ist, ich sehe schon durch die Tür, schon zwei. Es stehen zwei links vorne gleich, zwei rechts und hinten links stehen nochmal zwei nebeneinander. Die zwei können wir hier durch schon gucken. Die sieht man hier schon stehen. Ja, das sind die zwei. Und links dann, nee, weiter links stehen nochmal zwei. Und hier vorne, wo ich stehe, hier stehen zwei hier hinter. Ja, okay, dann bereiten wir uns ein bisschen vor, wa? Ja, aber die können wir nicht mit nem Hammer alle erledigen. Das ist... Und machen auf. Das ist jetzt nicht machbar. So, wir müssen wieder erstmal in den Bereich. Oh. Ja, sorry. Scheiße. Ich vergiss mal, wie man duckt. Ich hab mir ne Störpermine platziert bei uns. Also, wenn die Zugs kommen, sollten ein bisschen zurückgehen. Oh, wie hast du die Störpermine überlegt? Mit Ehe. Also, speziell dafür irgendwie... Ich? Hinter uns! Hinter uns! Huh? Verdammt, ich muss nachlassen. Ja, ich auch. Oh. Au. Ich bin down. Ich bin am Boden. Ja, warte. Oh, fuck. Ich krieg hier... Oh, nein! Ich bin umzingelt. Ich pack mal die großen Schütze durch raus. Was griff mich denn hier ständig? Scheiße, jetzt lieg ich oben. Die schießen von da hinten halt. Oh, der... Ja, da hat jemand geschossen von hinten. Ich weiß, ich lieg hier voll in der Wand drunter, seh nix mehr. Seh nur die Wand. Hacke. Ja, ich stieg in der Ecke. Ups. Scheiße, konnte jetzt keiner an, dass die alle von hinten kommen. Hm. Hab ich jetzt alle? Okay, okay. Nicht gerade gut geschossen. Danke, dass du noch nicht geschüttert. Mal richtig gemerkt, wie schlecht ich schieße. So, was haben wir denn hier noch an Munition? Bist du da noch 60? Scheiße, mit 20% kommt man hier, weil... Ich öffne jetzt die Tür. Ja. Ah, bist du wahnsinnig. Oh, scheiße. Ich dachte, dass ich schneller tot krieg. Okay. Okay. Was ist tot? War die Tür irgendwie wieder zu? Nicht wirklich, wa? Ja. Okay, hier stehen sie hier hinter. Okay, ich bin bei 48%, ihr seid bei 20% jeweils. Okay. Hm. Haben wir hier noch was zum Heilen? Nein. Ich hab bloß Munitionskiste noch dabei. Shit. Okay. Wir merken also, es ist echt bewerscht, wenn wir überrascht werden. Ja. Naja, Juju, der kam ja auch gleich von hinten, ey. Hier geht's zu Zone 47b. Ja, da stehen drei hinter. Aber... Ich glaub, da hinten geht's noch woanders lang, oder? Was war denn das? Achso, du hast es da markiert, ja. Hm, okay. Keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. 47d. Ist das fast egal wo lang. Wie viel sind denn hier hinter? Warte, ich komme. Zwei stehen vorne und vier stehen hinten. Also auch so kacke. Oh, fünf. Fünf. Sogar. Also sieben. Ich mach jetzt auf. Machen langsam. Hammer wird auch noch zu Neues. Na, erstmal. Die stehen alle da oben, wa? Langsam. Was geht das? Scheiße, er hat uns entdeckt. Okay. Das war nicht so schnell. Langsam. Scheiße. Oh. Ich denke, die rechte Treppenseite. Ich lieg auf der Treppe. Habt ihr ja schon gesehen? Achso. Oh. Okay, dann lauf ich hoch und gucke. Äh, warte. Oh, ich seh die Linie nicht. Die hat dieselbe Form wie du. Aua. Jetzt, wieso hat meine Schuhe nicht mehr gebaut, aber er hat nur 8 Schuss. Und. Gott, 18 Prozent. Ja, voll auf den Sack wurde gekriegt. Schitte. Alters, hier rappelt's in der Bude. Ja, da hinten. Gibt's ja auch noch Muni. Muss man ja auch ein bisschen sorgfältig, äh. Hier ist ein Munitionspaket. Zwei Ladungen. Kann einer mitnehmen und vielleicht einen selbst und einen verteilen? Ich weiß nicht mal, wie viel ich habe. Äh. Ich nehme eins selber und hinlegen kann ich dann. Nee, ich glaub, du musst einfach auf jemanden draufhalten und dann gibt er dir das. Brauchst du Muni, oder? Nee, ich hatte selbst noch eins, das hab ich eben genommen. Gebe ich dir mal Muni? Nee. Gib mir mal, weil ich... ...blick hier noch nicht so ganz durch. Da. Oh, jetzt ist wieder über 60 Schuss. Das ist ein Schloss. Das hier ist ein Schlossschmelzer, okay. Bestimmt für verriegelte Türen, einfach damit man nicht knacken muss. Mhm. So, wo geht's denn jetzt hier in welche Richtung? Was ist denn da oben in den zwei Schränken? Oh. Was ist da hin? Oh, irgendwer macht. Ja. Sorry, ich wollte es mal ausprobieren. Irgendwer verkackt ist. Ja, ich hab's verkackt. Okay. Ja, man muss ja erstmal ausprobieren. Warte mal, dann lass mich mal den Schlossschmelzer da ran nutzen. Oh. Warte mal, jetzt müssen wir erstmal gucken, welche Waffe bei mir hier auf was ist. Hier ist eine Foamgranate, das ist die, die Markus vorhin auch mal kurz benutzt hat. Ja. Die schnapp ich mir noch. Hier gibt's Werkzeug. Achso, dann ist der Schlossschmelzer weg. Nee, dann behalte ich den Schlossschmelzer, wenn jemand nochmal Platz für eine Foamgranate hat. Das andere ist ein Waffe-Pick. Das nehm ich mal noch mit. Dann fülle ich mein Kommis Ding hier nochmal nach. Nee, nee. Für mich selbst. So. Was hast du, wenn da rein kommt? Kriegen die Gegner eigentlich am meisten Schaden wäre, wenn der Kopf wegklatzt und dann auch egal ist. Ich denke mal, wenn man die Birne wegschließt war. Und die Beine, ja. Das hier erstmal kriechen. Geht's denn da hin? Hier ist 47 F. Ja. Wahrscheinlich wird das, hier ist aber ein Schloss dran. Kann man so Lüftungsschächte wie den hier, wo ich gerade vorstehe, so aufmachen? Eine Ahnung. Das, 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 das heißt. Nee, ich glaube nicht, oder? Nee. Wie viel sind die drinnen mehr? Warte. Ähm. Ich sehe gar keinen. Ich sehe links eine Kiste. Nee, nee. Ich sehe links eine Kiste. Ich sehe links eine Kiste. Welche? Aber. Vorausgegenstand, Schloss Schmelzer. Was ist das? Noch eine? Okay, ich habe aber auch noch einen. Oder kann ich einen einfach mitnehmen? Warte mal. Ja. Ich habe auch noch einen. Nee, okay. Gut. Dann müssen wir jetzt ein paar Mal nicht hacken. Ist das große hier? Okay, wo ist denn die nächste Tür? Ja. Also hinter der Tür sehe ich drei. Okay. 47 C. Aber führt so Richtung Z49. Aber hier hinter der Wand, ich weiß nicht, ob das um eine Ecke denn geht, stehen nochmal zwei. Bewegen die sich? Was? Wenn ich auf das Schloss haue, bewegen die sich? Da drinnen? Hm, warte. Nein, no moving. Steht dran. Okay, haben wir also nix mitgekriegt. Wie viel sind da drinnen? Drei. Jetzt die Frage, zeigt er mir die hier hinter der Wand jetzt an? Ja. Weil die sind hier so mehr an der Wand. Ich glaube nicht, dass die in diesem Raum sind. Nee. Die sind hier hinter. Okay. Okay, dann können wir nochmal den Raum bündeln. Das ist schwer zu erkennen denn. Wusste nicht, dass da eine Wand ist. Hier ist ein Medipack. Ah, hier, wo? Wir haben alle bloß noch 20%. Ich nehme das jetzt aus meiner Tasche. Ach so, du auch noch oder was? Purple Key habe ich hier. Das kann man nur einmal benutzen. Ach du Scheiße. Das halten um 20%. Nee, gut, dann habe ich mich jetzt selbst. Das ist ja viel. Ich dachte, das können wir noch ein paar mal öfter benutzen. Habe ich gehofft, so wie die anderen Militionssachen. Ich habe eine Schlüsselkarte für Zone 48 aufgesammelt. Ah, okay. Das klingt hier immer sehr gut. Oh, hier liegt nochmal so ein... So, was sagt die Karte? Wir haben hier noch einen Schrank, oder? Nee, das ist schon offen. Okay. Mich wundert, weil da auf der Karte so orange ist. Gucken wir den hier in welche Zone? Ja, das verstehe ich nicht. Hier ist Richtung Zone 49. Nein, hier müssen wir weiter. Dann hätten wir ja auch von der anderen Seite rangehen können. Scheiße, Mann. Ja. Seht ihr das auf der Karte? Wir sind jetzt einmal rum. Ja. Ja. Hier stehen die drei dahinter. Da sind sie. Licht aus. Oh. Spät. Kann ich euch eigentlich treffen? Ja. Oh, scheiße. Nachlag. Nicht mich abschießen. Ja, Entschuldigung. Dein Kopf war da. Ja, aber ich habe dich doch schon gar nicht bewegt. Ich wusste nicht, dass du da links fließt. Entschuldigung. Ich bin extra. Ich knustert hier noch, oder? Ich blieben. Jetzt wissen wir aber, dass Licht scheiße ist. Okay, gut. Müssen wir auch ein bisschen dazulernen, hoffe ich mal. Ja, nicht. Schloss schmelzt. Und wie viel gibt es denn davon? Natürlich viele. Ah, hier steht jetzt wenigstens mal schön groß dran. Also, immer noch. 47e? 47a? Hä? Dann laufen wir noch im Kreis. Ja. Hä? Dann sind wir jetzt im Kreis gelaufen. Wie dumm. Wo wollen wir lang? Da unten? Kann ich das hier benutzen? Ich mache jetzt hier. Wie sieht es denn hier hinter aus? Wollt. Nix. Ja, mehr ist hier nicht, oder? Nee, ist bloß ein... Scheiße, Mann. Wie kommen wir denn woanders hin? Ja, guck mal. Wir müssen wahrscheinlich nochmal komplett zurück. Das war nur der hier. Kamen wir hier durch. Aber hier stand doch was dran von Durchgang zu 49, oder nicht? Ja, aber sind... Ein paar Türen davor, ja. Ja, was ist denn hier hinten? Da hinten sind doch noch zwei Türen. Da und da. Ich weiß ja nicht, was damit ist. Ja, aber an der hier stand doch dran. Zugang zu 49, oder nicht? Muss ich grad nicht sagen... Es stand immer dran, ja. Ja, weil rein theoretisch ist es ja so, wenn man hier im Kreis läuft. Oh, ist das dämlich. Hier steht auch noch was mit 49 drauf. Wo ich grad vorstehe. Oh, je. Jetzt haben wir ein Terminal. Können wir da vielleicht uns einen Weg geben lassen, oder sowas? Ja. Ich hatte hier zwischendurch mal ihn gesehen. Hä? Wo ist denn die Tür jetzt so? Ach so, das ist die Tür. Ja, aber warum sind denn hier so diese Lüchter, stell mal ehrlich? Oh, sieht nicht so aus. Hm. Jetzt haben wir das noch ein bisschen verteilt, weil wir suchen, ja. Das ist natürlich... Kann ich fernisch werden. Ja, Markus, nicht weglaufen. Nee, nee, ich bin schon noch mit dran. Scheiße, ey. Hast du da eine Markierung gemacht? Bei 45? Nee, das ist doch noch dieses... Ach so. Das ist das Ding, wa? Das ist das Ding, wa? Das ist das Ding, noch das Ding. Am besten jetzt gerade ausruhen, oder nicht? Guck mal an diese Tür hier, wa? Hier steht 46. Aber hier müssen... Müssten wir denn lang, oder rechts? Hm. Entweder hier oben, oder hier, wenn's geht. Also da stehen vier... Nee, warte. Sechs. Da sind sechs hinter. Sechs, ja. Ich hab eher die Sorge, dass jemand von hinten kommt. Ja, ich weiß nicht, wie ich das Ding... Äh, ja. Versteh ich nicht. Gott, wir haben echt Alarm. Was kommt von hinten? Da hinten kommen welche. Ach du Scheiße. Oh, da nehm ich gleich die Schrotflinte. Oh Gott, meine Waffe ist leer. Oh, lad nach, ey. Oh, Alter, so schnell. Ey, die lebt ja echt kacke. Oh Gott. Ich liege. Ich liege auch schon wieder. Wir sind alle tot. Alter. Ich wollte schnell noch ne Stolpermine legen, aber das E drücken platzieren hat so ewig gedauert. Ja, wir müssen unbedingt rausfinden, wie das Geschütz wird hinlegen, glaube ich. Ja, wie das Ding funktioniert generell. Wir können jetzt Neustart vom letzten Checkpoint nehmen oder alle Gefangenen in die Lobby zurückschicken. Wo war der letzte Checkpoint? Das weiß ich auch nicht, wahrscheinlich. Wir können doch vom letzten Checkpoint erstmal machen. Ja, einfach machen. Ist ja immer noch die Testrunde, sag ich. Wo sind wir hier? 45. Als der Typ hier gerade irgendwelche Scheiße erlebt. Oh Gott. Dann müssen wir hier trotzdem mal rausfinden, wie wir verdammt nochmal zur richtigen Zone kommen. Wir laufen jetzt geradeaus und links durch die Tür, äh. Hier. 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 Und hier hier. Hä? Geht's hier nicht durch? Oh. 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 Aber es steht doch dran, Übergang zu den Sicherheitszonen C46 bis C49, äh Z. Also ist das hier doch noch erstmal das Richtige, will ich noch was behaupten. Hier drin war ja erstmal noch keiner, erst als der Alarm losging. Ja, bei der Tür, genau. Was hast du auf hier, auf der Tür, Mabby? Ich? Ja. Na, mein, 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 mein. Hier diese Spezialwaffe, hier, die Nerata. Wenn du einen Schritt weiter vor dir, also ganz unter dir, einfach mal E gedrückt hältst und das platzierst. Das ist nicht dein Geschütz, das ist nur deine normale Waffe. Nee, meine normalen Waffen sind auf zwei und drei. Ja, ich dachte auf vier, kannst du dieses Verteidigungsgeschütz einfach vor dir hinlegen, so auf dem Boden. So, einfach E drücken und dann. Ja, das ist der Beauty-Tracker. Damit analysierst du nur was, oder kannst du damit auch... Weiß ich schon nicht. Keine Ahnung. Hast du vielleicht gar kein Geschütz mitgenommen, sondern was anderes? Ja, vielleicht. Aber diesen riesen Ding ist nur dafür da? Ach du Scheiße. Ey, ich hab hier von Tuten umlasen, keine Ahnung. Wird ja sein können, dass du was hinstellen kannst. Da ist dann so ein X, wenn du es nicht kannst, und wenn es bei Folie in Fußreichweite ist, ist es so ein grüner Punkt. Achso, okay, nee, denn... Achso, okay, nee, denn... Na, guck mal, auf der Seite geht's zur Zone 47. Alter, mein Laptop... Das war so heiß. Nee, hab ich nicht. Dann hab ich's nicht. Boah, wo seid ihr? Ich muss mal an der Türen rumgucken. Hier geht's zur Zone 48, Zone 49. Was, wo? Wo bist du? Hier, wo die Knicklichter liegen. Ah ja. Guck mal, du hast Knicklichter. Ja, die leuchten grün. Ja, guck mal, hier ist auch extra ein Symbol dran, vielleicht. Warte, was sagt die Karte? Ja. Okay. Ich hab ich immer, die Knicklichter sind noch fünf. Okay. So, hier stehen... Zwei direkt vor der Tür. Und hinten... Links stehen drei... Und rechts einer. Aber es könnten noch mehr sein, das seh ich nicht alle. Sie benötigen die Schlüsselkarte Key Purple 785 zum Entriegeln. Die hatte ich mal. Also... Ach, ich hab... Achso, 100... Die hatte ich eigentlich vorhin. Fuck. Die war in irgendeinem Schrank drin, in dem Umweg irgendwo. Scheiße. Ich glaube, die... Ich glaube, die... Die war unten irgendwo, war da ja. Ach du Scheiße. Rundgang. Ja, wo wir einmal im Kreiselhof sind. Ja. Da wurde die irgendwo an der Seite drin. Oder ist der hier durch? Ich glaube, ja. 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 Ja, dann müssen wir da durch, oder? War das 46? Waren wir 47 oder waren wir 46 durch? Ja. Muss 47 sein. Ja, nee, muss 47 sein. Ja, das recht. Geht ja nicht anders. Ja, da hoffen die hier jetzt von hinten. Ja, da hoffen nämlich die Typen hinter, ja. Ja, die kamen hier von hinten. Ja, und drei stehen hinter der Tür. Oh Gott, ich hab noch 190 und 28 Schuss. Ach du Scheiße. Oh, die andere war so Scheiße. Da kommen sie. Oh, Nachland. Nachland. Oh, Kacke. Ach, die ist alle. Das hat aber einen Zwei. Schon wieder alle. Da. Entschuldigung. Wo denn noch? Haben wir sie jetzt? Da steht noch einer, da steht noch einer, ja. Oh. Ist ja voll voll oben. Gut, ist er jetzt tot. Oh. So, ich guck mal. Nee, ist keiner mehr da. Ja, hier hat die meisten Treffer, wir anderen sind völlig am Arsch. Ja, hinter der Tür hast du ja gesagt, zick'n Paar. Ich hab mich langsam eingeschossen mit den Waffen. Oh, man hat so wenig Muni, ey. Ja, ich hab nur noch, äh, 80. Kacke, ey. Na, ich muss auch mal ganz immer. Ja, und das Maschinengewehr ist total Scheiße. Aber das muss ich nachher auswechseln. Wo ist Markus? Da, bleib mal stehen. Ja. So, ich hab dir mal Muni gegeben. Äh. Hat sich nix nachgeführt bei mir. Was? Muss ich das extra noch irgendwie auffilten? Vorhin hat sich das aufgeführt, aber Muni ist noch leer bei mir. Scheiße. Na gut, dann müssen wir mit dem, was wir haben, hier weiter, ey. Warte, noch weiter, okay. Ich hab ein Scharfschützengewehr noch. Hier, glaube ich. Okay, die anderen zwei stehen hinter der Wand. Warte, wo sind die anderen? Oh, sie bewegen sich. Ich hab mich dreimal treffen lassen. Ich kann es nicht ausreichen seitlich, die Dinger. Die verfolgen einen so ein bisschen. Echt, ja? Hm. Ist noch nicht so ganz... Cool, wie die sich auflösen. Warte mal, ich gucke. Ja, ja, der steht hinter der Tür, die stehen hinter der Wand. So, jetzt müssen wir uns auf den Schrank finden. Keiner bewegt sich. Ja? Was? Jetzt müssen wir uns auf den Schrank finden, wo Markus die Schlüsselkarte vorhin her hatte. Na, einfach mal gucken und, ja, alles aufmachen, was geht. Ja, die Frage ist, ob wir jetzt hier durchgehen, sozusagen, hier unten? Oder ob wir hier oben den Bogen da rumgehen? Na, wie, ist egal. Na, wie, ist egal. Hauptsache, dass wir einmal komplett den Bogen rumnehmen. Ich wollte möglichst wenig mitnehmen von da oben. So, jetzt müssen wir gleich den Schrank finden und den Player abhauen können. Ja. Ah, hier kam ja auch. Aber hier ging's ja eigentlich. Hier ging's gar nicht. Was ist das? Können auch direkt gehen. Mach mal Licht aus. Der blubbert da rum wegen dem Licht. Der blubbert da rum. Boah, ich seh aber nix. Ich seh gar nix. Okay, können wir dich nur noch anmachen. Ja. Weil ja sowieso offengelegt sind. Irgendwas ist es noch. So, warte mal, ich guck mal nach. Ja, da kommt einer. Von wo? Von oben. Aber frag mich. Wo ist er denn da? Ah, jetzt wirst du einfach untergefallen. Verdammt. Nehmt ihr noch? Ne. Nein, das kann man da. Hier in dem Schrank ist ein Muni-Paket. Oh, darf ich das haben? Mach. Wie viel sind da? Zwei oder eins? Es ist eins. So, wie benutze ich das jetzt? Ne, ich hab zwei. Mit E. Mit E und das andere kannst du an mir anwenden. Na, mal gucken jetzt. Ja, warte mal. Ja, beide. Okay. Und? Hat geklappt auch. Okay. Oh ja, jetzt habe ich 147 wieder. Hui. Das Doppelte. Oh, hier liegt wieder ein Sammelobjekt. Befehl's nächste Hammer schon. Hilfe wird schon. Hier unten ist noch eine Tür. Ping? Das ist ein Ping. Ah, wie heißt denn der, der Key? Äh, äh. Ich glaube der Key 785 oder was? Key Purple 785, also Key-Purple-785. Sieben, acht, fünf. Kein gültiger Befehl, aber ich soll doch, hier ist doch Ping. Ach so, ich nach Ping kein untenstrich. Ping, Key. und Purple-Purple-Key. Minus T? Was heißt Minus T? Optionale Attribute, Ping angegeben, Ziel an, bis der Vorgang abgebrochen wird. Also muss nur den Namen vom Key und das ist Purple? Mhm. P-U-R-P-L-E. Purple. Ja, ich meine, was ist? Unterstrich? 785. Antwort von Key Purple 785. Ja, äh, Ping erfolgreich. 247 C. Hat sich noch nicht geändert. 47 C ist der Schlüssel. Ach so. Wissen wir mal genau, wo der liegt. Wir müssen noch rausfinden, wo 47 C ist. Das ist 47 F. Ja, scheiße. Das ist auch die Karte. Hier ist alles schon aufnahm. Was war das? 47? C. Hier ist B. Da ist D. Na, dann lassen wir runterlofen. Wir sind noch nicht... Wollen wir hier mal runterlofen? 47 D? 47 D. Oder hier einmal komplett rum. Könnte das hier C sein, die Mitte? Keine Ahnung. Deswegen sag ich ja einfach mal, entweder hier durch oder hier durch. Ich würde denn hier den B aufmachen wollen. Was steht denn hier dran? Ach so, steht nichts mit 47. Ja, dann mach... Stehens B. Oh, was denn jetzt? Licht aus? Hast du aus? Spiel hat sich aufgehängt. Ich hab aus... Ja, stehen zwei. Ich seh bloß zwei. Einer links, einer rechts? Nee. Von mir sieht das... Oh, ist das so? Ja, links und rechts. Machst du, oder? Ich schleiche mich langsam ran, warte. Der blubbert gott ein bisschen. Ich geb Rücken in Deckung, falls was ist. Ich schlage in 3, 2, 1. So. Und keiner gehört, okay. Vorne seh ich noch mal mindestens zwei. Aber hier ist noch mal ein Arteflax. Kann ich denn so anpingen, ohne zu reden? Oh Gott, das hört sich immer an, ey. Nee, das ist nicht anpingen. Wie ping ich denn die an? Ich hab keine Ahnung. So. Ping, Maus, Mitte. Oh, ja. Drei Stück. Zwei, sagst du? Ja. Wo ist der dritte? Ich weiß nicht, die stehen eigentlich... Oh, der blubbert hier um die Ecke. Warte. Kann man rechts rum? Ähm. Ja. Am besten, dann schlechst du rechts an dem Rand. Oh Gott, der guckt... Oh Gott, der guckt... Warte. Ja, warte, warte, warte. Oh, oh, er blubbert. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, jetzt blubbert. Oh, jetzt blubbern sie alle beide. So, warte, gleich. So, Mary, auf drei holen wir aus. Eins, zwei, drei, warte, noch nicht. Voll ausholen. Oh. Und drei, zwei, eins. Oh, shit. Oh. Okay, er ist erst tot. Heißt du dich getroffen? Nee, oder? Nee, das wirst du nicht. Okay. Okay. Das ist munitionssparender, weißt du. Ja, wenn's drei sind, dann geht's immer noch. Ja, klar. Aber ich musste zweimal zuhauen, ey. Ja? Ich hab von außen mit, dann hab ich den Kopf weggekloppt, dann war er weg. So, 47C ist hier. Nee, ich hab geduckt. Ich hätte mich hinstellen sollen vielleicht. Hier soll die Karte also liegen. Ist echt cool gemacht, Alter. Die Atmos, krass. Das ist schon... Das ist echt nicht schlecht. Aber ich steh immer mehr auf Action, weißt du, auf Rumgeballer, statt auf Rumgeschleicher. Ja, ist da drinnen, ja. Okay, dann wird's rücker. Irgendwie zur Tür zu rückern, benutzen. Oder ist hier drinnen noch was, was wir kümmern können? Warte mal, wo sind wir jetzt? Gibt's hier vielleicht noch mal irgendwas? Ja, hier ist noch eine Kiste zum aufpelzen. In der Mitte ist es noch. Eine Kiste und einen Schrank. Hier ist ein Medi drinnen. Ich hab 57. Ich hab am wenigsten. Ich pfeife mir das hier mal rin. Hm. Ich kann noch mal Technik nachfüllen. Also Equipment. Ansonsten scheint ja nix mehr zu sein, nee. Oh, nee. Da, sammeln. Gut, dann gucken wir mal. Wie müssen wir jetzt hier zurück... Hier liegt noch eine Mine? Nee, ist denn das? Das ist meiner. Nehme ich wieder mit. Okay, cool. Nehme ich wieder mit. Das ist ja süß. Müssen wir jetzt hier lang? Hier runter? Ja. Ja, okay. Und dann? Wo sind wir gekommen? Von hier hinten, oder? Links, ja. Naja. Dann die Treppe hier wieder runter. Da hinten runter. Okay, dann sammle ich erstmal hier. Wobei, eigentlich ist ja alles frei. Bis dahinten zu der Tür, wo wir hin müssen. Treffen wir uns an der Tür, oder was? Die Knicklichter sind mittlerweile ausgegangen aus. Die hatten ja bestimmt auch nicht. Wollen wir aus diesem Versuch, oder wollen wir aus dem gescheiterten Versuch? Achso, nie aus dem gescheiterten Versuch. Nee, aus diesem. Ist das jetzt die richtige Tür? Ja. Nee. Wollen wir nicht hier? Das ist 46, ja. Ja, muss man nicht hier rumhieren? Ist denn die 48? War das nicht die hier? Hier. Hier. Hier ist sogar noch ein verstoßener Schrank. Oh, na dann. Guck mal runter. Das ist ein Knicklichter. Ich warte an der Tür. Schön. Oh, die leichten grünen. Meine Lieblingsfarbe. Schön. So, wir können gleich losgehen. Ich muss mal gucken, wo ich jetzt mein Zeug. Nee, es sind noch mehr Knicklichter. Das ist die Formgranate. Genau. Die kann ich im Notfall irgendwie ein Feuer. So, aufmachen. Warte, drei. So, fünf. Sechs. Sechs oder sieben. Keine Ahnung. Ja, die kommen doch sowieso von hinten oder nicht? Ja. Ach ja, stimmt. Scheiße. So, ich kann mein Equipment nachfüllen. Warte mal. Ich kann ja gucken, wo sie kommen. Noch keine Bewegungen. Noch kein Ausschlag. Scheint doch nichts passiert zu sein. Wir können sie einfach so öffnen. Ach so, dafür, dass du eine Schlüsselkarte hast, wahrscheinlich. Okay, nee, können wir doch nicht. Oder? Ich weiß es nicht. Also, wir stehen ja alle drin. Warte. Tür geht auf. Check, boy. Das Tür geht auf. Ja, Tür geht auf. Schnell Licht ausmachen. Zwei, einer rechts, einer links. Ja, hier vorne sind es zwei, ja. Dahinter sind nochmal mehr. Ja, die hinter sehe ich schon. Macht einer links. Warte mal, Andy geht schon links. Ich bin schon am Randschleichen. Die zwei könnt ihr, ich gebe euch Rückendeckung. Falls, äh, falls was irgendwas kommt. Bin schon am Auswohlen, scheiße. Hat keiner mitgekriegt, okay. Nee, nee. Doch, einer hinter der... Ach, nee, das ist der. Den. Okay, okay, alle sind noch, alle. Ach du Scheiße. Da sind noch zwei oder drei. Komm, mal ein Stück vor, komm, mal wie vier stehen. Da sind fünf, ich sehe sechs. Fünf, ich sehe fünf. Also, auf dem Radar. Fünf, sechs. Sechs, ja, sechs sind es. Sieben. Sieben? Sieben. Insgesamt sieben. Schießen und ein Stück zurück? Oder wie wollen wir es machen? Wollen wir hier durch, oder? Wir müssen hier lang. So, geht es jetzt hier noch weiter, ey? Na, links ist noch eine Tür. Ich würde es zwei definitiv aus dem Leben nehmen. Mit einem Schuss. Ah, hier. Ich kann nur ballern. Ich schleiche mich mal kurz ein Stück ran. Und treffen. So, die kriegen das wirklich nicht so mit, ne? Ne. Okay. Wenn du den einen, den da vor den beiden hockst, würde ich die anderen beiden versuchen. Erst den mittleren und dann den links daneben. Und Mary kann sich den auf der Treppe kümmern. Okay. Ich habe den Blubbernen schon im Visier. Und? Oh, scheiße. Alter, ich habe mich getroffen. Meine Fresse. Oh, hinter mir. Sie kommt von oben. Rechts oben. Einer. Hab ihn. Okay. Mehr sehe ich nicht. Also, es sind noch mehr, aber... Ich glaube, die sind hinter der Wände. Im nächsten Raum. Ja, da hinten ist überall welche, ey. Wie, die sind noch im Sammelobjekt? Das sind wir, die. Hm, mit vier Benutzungen. Oh. Okay. Kann sich wieder erstmal schön heilen, ne? Ja, Markus hat... Du hast am wenigsten... Nimm du doch erstmal, oder? Markus, wo bist du? Kannst du dran machen, ja. Oder verteile an uns allen denn ein bisschen oder so. So, alle. Jo. So, hier hinten sind auch nochmal... Ach, du Scheiße. Vierer. Fünfer. Steht irgendwo 249 dran? Was stand denn da dran? Ja, stimmt gar nichts dran. Nur Übergang zu 49, 48b. Übergang zu den Sicherheitszonen, Z49, ja. Hier ist 48c auch, ja. Aber ich bin die Ecke ja gar nicht verkehrt, wisst du das? Wo bist du denn, du? Hier unten, ich bin unter der Treppe. Hier ist auch noch einer. Weil wenn die da herkommen sollten, dann können wir hier einfach eine Mine an der Wand klatschen oder sowas. Da unter der Treppe, Alter. Dann können die uns nicht umzingeln. Oh, hier ist noch ein Sammelobjekt. So, was sind denn die hier? Okay, Licht definitiv ausmachen. Hab ich aus. Hier hockt ein Großer. Och, Scheiße. Zwei Große. Ne, ein Großer. Warte. Ich kann noch eine Mine hier platzieren. Ja, es ist ein Großer und ein Kleiner daneben. Aber mehr sehe ich auch nicht. Wenn er hier zufällig durchgeht. Ach nee, an den Kleinen ist noch ein Kleiner, also es sind zwei Kleine, ein Großer. Den Großen locken und durch die Mitte gehen lassen und die Kleinen erledigen? Ich hab keine Ahnung, ob das so funktioniert. Am besten. Der Große ist ja bestimmt ein bisschen langsamer. Pass auf, nachher ist er am schnellsten. Oh, ich muss erst mal nachladen. Oh, ich weiß, es hier nachzuladen. Ich hab leider keine Muni mehr im Scharfschützengewehr. Schade. Oh, das ist scheiße. Hier oben ist der zweite Große, okay. Ist doch ein zweiter Großer. Ja. Hier seht ihr das? Neben meinem Licht? Ganz leicht. Ne. Ja, 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 ja. Achso, da, ja, 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 ja. Achso, der ist auf dem Radar. Das ist der Große, ja, wirklich, und der andere Große und da steht ein Kleiner. Okay. Das war so schwer zu erkennen. Bereit? Äh. Keine Ahnung. Wer soll auf wen schießen? Ja. Ach, einfach schießen. Oh, der hat's gehört. Oh, der hat auch noch einen langen Kopf. Oh Gott, der hat den Kopf verloren. Ich dachte, der stirbt. Der lebt noch. Der schießt weiter. Da kommt der andere ran. Yo, der zieht ab, ey. Der Kollege. Ich hab keine Muni mehr. Der ist tot. Ich hab zwei Schuss noch. Oh, fuck. Ich hab noch 49. Dann bin ich auch alle. Ist hier mal noch irgendwo Muni oder irgendwas? Was sagt die Kiste hier? Knicklicht, da braucht noch mal jemand Knicklicht. Ja, unbedingt, ey. Scheiße, ey. Kann man auch hier Ammunition eingeben oder so in das, äh, Pet und sich den Muni... Vielleicht. Ich hab das nicht. Vielleicht, ja. Geht das vielleicht? Ammo, Ammunition oder so? Hier ist nochmal ein Schlossschmelzer, der nämlich einfach... Kann man ja ausprobieren, warum nicht? Aber ich glaub nicht. Wo ist denn hier so ein Terminal? Hier ist grad keiner. Warte, siehst du auch auf der Karte? Das ist so... Hier unten ist einer. Okay. Alter, ich frag mich, wo es jetzt hier zur Zone 49 geht. Verdammte Scheiße. Eine kleine Kiste. Wo du grad standst. Achso, die ist schon offen. Ja, ich hatte gesagt, das ist ein übel zweiter Weg bis dahin. Ja, hab ich mir schon gedacht. Was hab ich denn hier? Ach, Schlossschmelzer ist es noch. Okay, ist Opus 248. Ja, aber irgendeins müssen wir durch. Ach, hier steht doch ein Terminal. Wo? Äh, oben. Ähm, ja, wenn du jetzt hochläufst. Hoch, hoch, hoch. Da oben. Ja, 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 du läufst genau da. Ja, du stehst davor. Das wär's jetzt, wenn das funktionieren würde. Ammunition? Nein. Commands. Ich glaub, du musst Ping Amo denn, wa? Ping? Würde ich mal so tippen. Also, bei Ping Kiva vorhin. Amo? Hm. Regionale Attribute Pint, das sagen wir's. Oh, lol. Ah, du siehst sehr sexy aus in deinen Klamotten. Guck mal, Markus hat ne Strumpfhose an und ne kurze Hose drüber. Und aus die, aus die Turnschuhe, alter Riesenlatschen. Sag mal, was ist denn hinter der Tür hier? Warte. Damit wir das schon mal wissen. Äh, zwei direkt vor der Tür und ganz, ganz. ganz hinten noch zwei. Aber das weiß ich nicht, ob die im selben Raum sind, weil die extrem weit hinten in der Ecke sind. Licht aus. Hast du was gefunden da drauf? Nee. Scheiße. Wir hatten hier schon irgendwie die angeglotzt. Ich hab nichts gemacht. Ich hab auch nichts gemacht. Shit. Oh Gott. Na, nach die Pisse. Aber das ist... Scheiße, ey. Fuck. Aber die standen alle drei in einer Reihe fast. Hat doch keiner was gemacht? Shit, ey. Keine Ahnung. Das war ungünstig. Na ja, ist so. Müssen wir mitlegen. Ja, was ist das Schiff zu machen jetzt? Ist hier noch was in dem Raum? Ein Schrank, ich hoffe. Ich seh nix. Nee. Nein. Wie viel Pack? Für... Ja, für Gadgets halt. Nee, der ist hier unter der Wand. Aber hier sind noch zwei, ähm... Schränke. Hier ist Zone 49. Äh, braucht man jemanden? Muni? Ich hab noch drei mal, äh, zweimal. Ich hätt gern Muni. Ja. Warte, wo bist du? Die Weile hätten können, Muni. Ich stebe, glaube ich. Warte, dann gebe ich dir hier. Warte, dann gebe ich dir hier. Warte, dann gebe ich dir hier. Waren, wenn du weggelaufen bist. Nö, ich hab sie gekriegt. Ich hab einen neuen Schuss. Ja? Okay. So, dann machen wir uns hier vorbereiten. Oder machen wir einfach aufdrücken? Warte, lass mal nachladen. Hier ist Alarm gesichert. Warenklasse 2. Bestimmt wieder diese Zone, dann kommen sie hier um uns herum, ja? Hm. Hm, also hinter der Wand steht... Also Tür steht, wo ist eh noch... Ist hier, wo ist eh n? Na, hier unten, an der großen Tür hier. So, ups. 249 hier. Ja, da steht keiner. Oh! Wir haben es echt englisch geschafft. Du hast nochmal, wie viel hier so, ja? Jetzt müssen wir hier alles vermieden, verteilen, was wir noch haben. Ich hab acht Mienen. Ja. Ich könnte die an der Tür verteilen, oder so. Verteil die, ähm... Quasi hier, an der Treppe. An dem Pfosten vielleicht noch. Ich denke, wenn... Wo sollen die denn herkommen? Die können ja eigentlich... Kannst du die auch an der Wand packen, dass das so einmal von links nach rechts geht? Ja, scheiße, das muss ein bisschen hoch vielleicht. Das hab ich sowas nicht. Ja, so ist vielleicht geil, wa? Ja. Hey, cool. Vielleicht hier drüben an der Tür gleich noch ein? Weil ich... Für mich heißt es doch, die können doch jetzt bloß von hier kommen, oder? Eigentlich schon. Ja, warte mal. Andere Seite nicht, nee. Oder gibt's hier Lüftungsschächte, von wo die eigentlich schüssen kommen können? Hier ist auch noch eine Tür, siehst du? Nein. Die Tür hier, die noch... Also von hier hinten nicht an, ja, nur von der hier oben, denn... Ich weiß nicht, ob wir an der Tür noch was machen wollen. Hier unten ist auch nix. Na, geht die denn wirklich? Ja, doch, die soll zum Aufmachen. Ich hab ein Medi-Pack noch im Schrank gefunden. Wir hatten hier am wenigsten... Ich hab... Ich hab 41. Das war bloß... Ne, wie viel Ladung hat denn das noch? Noch eine. Hab immer noch am wenigsten, ne? Dann nehm ich noch das... So. Ja. Okay. So, ansonsten ist hier nur ein Schlossschmelzer noch. Und noch ein Schlossschmelzer, okay. Dann schmeißt man aber die Granate weg. Nee, das wird dumm. Das ist der ganze Raum vermieden. Da muss man bloß selbst nicht dran verrecken, aber ansonsten... Am besten erstmal nicht rinloben. So. Wollen wir stoppen hier? Ja. Äh, wollen? Gott, ich hab so Angst. Ich will jetzt einfach überrannt werden. Wir sind so kurz vorm Ende. Also, zumindest vor unserem Ziel, was wir gerade haben. Oh, oh. Es kommen welche. Es kommen welche. Ja, sie kommen von oben. Wie von oben? Von der Tür hier, oder was? Ja, von oben der Tür. Ja, sie kloppen hier gegen die Tür. Oh, scheiße. Ja, es sind... Oh Gott, es sind so viele. Oh Gott. Drei, zwei, vier, sechs, acht, zehn, elf. Oh, das wird sogar welche. Beide in die Luft gehen, oder? Sind die in die Mine gelaufen? Ich sehe, das ist in die Mine gelaufen, glaube ich. Die links ist schon weg. Oh, scheiße, mich trifft hier irgendwo einer. Oh, scheiße, nachladen. Hier muss man mehrere die Buties. Hier steht irgendwie Security-Test-Cann, ja. Müssen wir uns da jetzt verteilen, oder was? Ja, anscheinend. Oh, fuck, 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 fuck. Starten zum Ausscheiden. Da hinten ist noch einer. Wir brauchen hier oben zwei Leute. Oh, fuck. Ich komme. Oh, die hat jeder umgeschlagen. Verdammt. Ich liege. Kacke, ey. Oh, ist die auch nichts. Vier Stück, fünf Stück. Oh, ist auch nichts. Kacke, ey. Mist. Oh, ich laufe durch die Minen weg. So, komm hoch. Oh, Gott. Ich sehe nichts. Der steht da auch... Ist der Hund, der Hund hat gerannt, das? Ja, um Mary zu holen. Da hinten steht einer. Ich treffe den nicht. Ich sehe den oben nicht. Der schießt aber die ganze Zeit. Ich bin oben auch gestorben. Na, ich bin schon bereit. Oh, was schießt denn hier? Von oben. Ich treffe den nicht. Oh, ich liege schon wieder. Oh, jetzt liegen wir alle. Kacke. Gucken, ob da jetzt ein Checkpoint ist. Nein. Oh, nö. Ne, das ist der Checkpoint hier. Das ist ja nicht allzu weit. Was? Was denn? Das ist doch jetzt schon die 48. Wir sind doch bloß rüber zur 49. Okay. Oh, das ist hier. Okay. Ich mach wieder die beiden, bitte. Ja, komm. Irgendwo war doch rechts oben noch einer, oder? Links oben. Ja, da. Rechts oben, glaube ich. Nee, links. Da kam auch noch einer. Hier. Oh. Der rutscht auf den Arsch hier die Treppe runter. Ach, stimmt. Da rechts oben, ja. Stimmt, stimmt, stimmt. Tatsache, der rutscht mit dem Arsch runter. Ein Penner. Und dann sind wir doch hier unten durch, ne? Oh, ey, leg mich doch am Arsch. Aber Muni wär nochmal gut. Markus, bleibt mal stehen. So. So. Oh. Oh. Wo waren wir durch? Da links, ja. Hier unten sind wir doch den... Ups. Was war denn das? Das war ich, bin hier runtergesprungen. Oh, das ist ja auch Falschschaden gerührt. Ja. Ich wusste nicht, dass er sich hier gleich... ...de Bede bricht, ey. Wo sind wir durch, damit wir an diese Tür gekommen sind? Hier unten. Wir sind doch hier unten durch. Hier. Wo ist denn da? Wir sind hier lang gegangen. Okay. Stimmt, da kommen die zwei großen. Mit ein paar kleinen. Quatsch. Verdrückt. Oh, Licht? Oh nein. Scheiße, ja. Ich kann auch mal eine Mine legen hier ein bisschen. Oh, jetzt sind wir eine Achtertreppe, oder? Seid ihr ansonsten trotzdem bereit? Mit dem, was wir haben? Ja. Also ich kann... 3, 2, 1. Boah, Alter. Das Nachladen dauert einfach zu lange. Oh, kommt ein R her. Oh, geil. Scheiße. Achso, gut, du hast. Irgendwas ist hier noch. Oh, fuck. Die Bombe hat es mich ein bisschen gerissen. Du hast Schaden bekommen, ja? Ja. Der Raum scheint aber clean zu sein. Wir haben hinten nochmal Knicklicht. Geil. Und wo sind wir dann zur 49 rübergemacht? Nee, noch nicht. Wir sind noch... Wir mussten noch ins Räumchen. Keine Ahnung, wo wir denn hier lang gegangen sind. Ich weiß, wo es... Warte mal. Stimmt, du... Du warst ja hier am Terminal, hast ja... Hier hinten waren wir durch, ja. Genau. Da mussten wir noch irgendwo... Immer durch. Durch die hier. Sicher? Ja, doch, ja, ja, sind wir. Stimmt, stimmt. Oh, scheiße, ich habe noch Licht an. Ah, fuck. Ich habe nur Vorschläge gemacht. Äh, ich auch. Seid ihr ready? Ja, ich versuche mich heranzuschleichen gerade. Nicht doch umfuchteln. Oh, ja. Entschuldigung. Entschuldigung. Kommt noch einer. Geht ihr da unten noch? Nee. Da unten sitzt noch einer, ja. Die sehen ihn leider nicht. Na, der sitzt da vor der Tür. Ah, jetzt, jetzt sehe ich ihn. Ja, halb im Licht da. Oh, 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 oh. Okay, er kommt. Okay, 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 er kommt. Wacke, daneben mir hauen. Ach, ich trau mich doch nicht zu hauen, ey. Scheißvieh. Oh Gott, da kommt noch wer. Noch mehr. Vorsicht. Okay. Nicht so toll wie ihr hofft, aber naja. Hier ist ein Muni-Pack für viermal Muni. Ja, das ist das, was ich vorhin noch für Hum hatte, oder? Ja, äh, brauchen. Einmal würde ich auf jeden Fall nehmen. So. Wie viel brauchst du, Markus? Ich hab nur nur 60 Schuss. Nochmal? Ja, wäre gut, ja. So, und dann kriegt Andy noch eh mal. So. Hm, Kommando ist kein so gültiges Ziel gewesen. Hier ist nochmal ein Schrank. Ach, der ist offen. Was ist da noch? Ach, Kommands, ja. Klar, schön dumm. Ah, jetzt hab ich auch mal eine Granate, okay. So, nochmal Tool-Refeal. Was, Autogen-Status-Log? Hm. Was hab ich denn jetzt hier? Warte mal, wo war's, äh, 6? Was ist denn das? Hat hier jemanden zugemacht? Nee. Ich hab' ich das selber. Ich weiß nicht, ist das eine Granate zum Werfen? Ich kenn's gar nicht, was ich hier hab. Ah, danke schön. Ich hab' mal eine gegeben, ähm... Warte, was haben wir hier? Ähm... Read Autogen-Status-Log. Das ist irgendeine Datei auf diesem Ding hier. Und da haben wir halt irgendwelche Server-Boom-Temperaturen. Keine Ahnung. Server-Control, Update-Control. Ja, ähm... Blast-Data-Transfer, was? Man weiß nicht genau, was sowas bringt, was solche Informationen uns sagen. Welche Datei-Namen? Keine Ahnung. Seht ihr das da drauf? Ich mein, ihr könnt's ja auch lesen. Bist so ein bisschen entfernt, also. Bisschen irritierend. Ja. Achso. Okay. Wird diesmal wissen wir ja, dass wir uns woanders noch hinstellen müssen, auf jeden Fall? Ja, die... Ja, die haben ja oben so beschissen gesch... Geschossen. Ja, ich glaube... Also, von mir aus wär ich zumindest bereit. Ich hab halt hier ein bisschen Scheiße verteilt. Ja, da oben ist auch ziemlich dunkel, ey. Ja, wenn, dann müssen wir eh hier alle erstmal hier unten hin. So, alle unten und dann müssen wir noch zwei nach da oben. Hm. Ich würde nach da oben auf jeden Fall laufen, weil ich einen Schwuppflüter hab und die unten für mich doof ist. Ja, für unten ist generell doof, hab ich auch gemerkt. Mit normalen Waffen. Achso, wir müssen erstmal hier stehen bleiben. So, warte mal, guck ich erstmal. Sicherheitsscannen müssen wir auch noch hier bleiben. Stehe ich drunter, ja. Oh, jetzt kommen sie langsam. Jetzt kommen sie. Jetzt hämmen wir uns gegen die Tür. Oh, sieht man ja richtig. Er zeigt die Linien an, er zeigt die Linien an. Hier oben müssen wir wieder zu zweit stehen. Ich brauche noch jemanden neben mir. Äh... Ich komme. Oh, fuck, 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 fuck. Scheiße, unten. Oh, ich kann unten stehen, ey. Haben wir das Ding jetzt? Ne, wir haben's noch nicht ganz. Nein, noch nicht, oder? Tür entriegelt. Oh, er schießt. Unten kommt, 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 kann einer hoch. Oh, fuck, 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 fuck. Oh, ich muss nachladen. Ist jetzt hier oben noch wer? Ja, vor dir. Es muss noch einer sein. Warte, ich mach mal Radar. Ne, ich seh' kein' mehr. No moving. Okay, das lief doch gut. Hä? Wieso ließ denn das jetzt auf einmal gut? Ich hab' die gesamte Seite, wo sie vorhin, äh, weil sie gesplittet sind, hab' ich erstmal beide Seiten, äh, mit Kleberzeug zugemacht. Markus Mienen lag, die, diesmal direkt quer an der Tür, was die erste, äh, Gruppe erwischt hat. Ja, und so kamen die auch nicht ran gelaufen. Konnten sich nicht so schön, äh, verteilen. So Licht aus, oder? Ja. Also, hinter ist keiner. Okay, dann kann man Licht wieder anmachen. Finden sie NCR-A02 in der Zone 49. Sollen wir jetzt direkt in der 49 drinnen? Hm. Okay. Schauen wir mal die Schränke nicht aufzumachen, ich bin zu blöd, glaube ich dafür. Ist ein Amo-Pack? So, Schrank geknackt. Wenn ich jetzt nochmal ein Tommel ne? Wie viel Pack? Markus, wo bist du? Medi-Pack ist hier noch. Werd mal kurz. Ich hab 20. Was ist denn das? Ihr könnt euch beide Medi-Pack nehmen, ne? Ich hab dir erst mal, ähm, deine Minen nachgefüllt. Wo ist das Medi-Pack? Boah, das nehm' ich. Und, waren zwei oder nur eins? Vier. Ich hab dir Muni gegeben, Mary. Danke. Wo ist Markus noch? Du kriegst auch nochmal Muni. Äh, nee, so. Wer braucht noch, äh, 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 äh. Warte mal, was hat... Ich hab nur 20 Prozent, mir kannst du schon mal zwei Rind verheifen. Ja, ja. Ich hab mir auch zwei Rind verheifen, ich hatte auch nur 20. Warte, wo bist du? Bist du vor mir? So. Dann hab ich leider für Markus nichts mehr, aber der ist ja bei 59. Hm. Das geht ja noch. So, Fensi, NCR ist A02. Ja, hier hinter ist Nisch, ich weiß ja nicht, aber wo, wo, wo muss man jetzt überhaupt denn hin? 49, na, NCR, Unterstich A02. Achso, ja. Ping? Nee. Ich glaub, Ping, ja. Wie den Key vorhin. NCR, untenstrich? Ja, A02. Kein Ziel mit dem Namen, NSR. NCR. Ach, scheiße, okay. Ich weiß mal, ob ich Bindestrich gemacht habe. Ja, okay, jetzt passt das. Äh, Zone 49 A. Da sind wir ja fast. Hä? Ja. Hier ist doch schon 49 A. Ach, da, da, okay. Wo war das jetzt? Hier unten. Aber hier steht ja 49 A dran. Ist das nicht die 49 A da? Hä? Wir sind in 49 A. Ja. Wo ist das Ding? Oder was soll man hier denn finden überhaupt? Was ist denn das? NCR A02. Keine Ahnung, was das sein soll. Kann man hier noch irgendwas betätigen? Was ist denn hier mit der Tür? Oh, nur Deko. Müssen wir hier das Ding hin schleppen von Anfang an, oder? Diesen HSU-Einheit, oder was? Ja, weil es ist doch was ganz anderes. Ich weiß halt nicht, was der macht. Aber hier soll ich nur das doch finden, sonst würde doch, ähm, stehen, dass wir was herbringen, oder abgeben, oder was auch immer. Dieses Ding von Anfang an, hier irgendwo rund stecken, oder was? Ich weiß es nicht. Alter, vor der Tür landet ein Holzschrauber. Ja, wir sollen sie erst mal hier finden, ja. Warte mal, was ist denn das hier? Wo bist du denn? Da steht es bei den anderen auch, nee. Konntest du da was anfassen? Wenn ich hier von diesen kommigen Dingern hier sind, ist hier einer irgendwie an. Ah, okay. Kann man hier was machen? Ja, guck mal, da kannst du da irgendwie ran. Das ist doch das gleiche Symbol wie ein Zwender. Ja, ich komm ja nicht ran. Nicht, dass was Ding doch, äh, vom Anfang. Wollen wir nochmal zurück und das Ding holen? Vielleicht hier reinlegen müssen und dann betätigen müssen? Ich versuch grad mal, äh... Am besten, ihr holt das zu zweit. Ja, komm, wir holen. Ich schließ mal kurz hier noch ein bisschen. Reanimieren Sie die neugeborene HSU-Einheit. Finden Sie NCR A02. Musst du mal hier lang? Reaktivieren Sie die neugeborene HSU-Einheit, ja. Ja, okay. Und das Ding hieß wie? Die ist doch irgendwie HSU-Einheit, oder nicht? Ja. Aber wo liegt das? Na hier, die Markierung. Okay. Die grüne Markierung. Oh, ich hab noch ein Sammelobjekt gefunden. So. Ich hab sie. Ey, heb sie auf. So, ich komm zurück. Oh, jetzt kann ich nicht mehr sprinten, weil das Ding so schwer ist. Ja. Scheiße, jetzt muss ich hier zurück. Nicht, dass gleich auch ein Event getriggert wird. Na, hoffen wir mal nicht. Bestimmt. Oh Gott, ich bin so langsam. Kannst du vielleicht nochmal abnehmen, damit wir noch eine mehr haben? Ein Trü-Ri-Fill-Kit, oder was? Nee, einfach eine Mine, die nicht hochgegangen ist. Ach, von der komischen Ebene da? Ja, wo wir halten mussten. Da sind sogar noch drei, ja. Ich komme. Ist ja hier drüben, wenn du jetzt links abbiegst, genau. Es wird noch drei Mieten, falls du die mitnehmen würdest, weiß ich nicht. Ja. Besser, die dabei zu haben und mobil irgendwo dran zu klatschen. So, ich bin zurück im Raum. Ja, warte kurz. Ja, ja, ich mache noch nicht, um Gottes Willen. Ja, legen Sie das Neugeborene in den Neugeborenen-Herz. Ja, dann mach mal. Gott, da soll ein Neugeborenes drin sein. Ist das gruselig. Jo, ist drin. Okay, geht rein. Bringen Sie das Neugeborene zum Eintrittspunkt in Zone 43 zurück. Das heißt, du musst das schleppen und wir müssen dich jetzt dabei beschützen? Das ist so dunkel überall. Sie kommen! Ne, warte, ich kann es aber zurücklegen. Also hinlegen. Ich sehe keinen, auf der aller Weg. Okay. Ich habe drei erwischt. Ja, gut. Ich höre weitere. Ach, ich sehe die Markierung. Ach, ist das dunkel. Großer. Links. Boah, ihr habt ja schon alle tot. Ja, links hoch. Ja, warte. Oder rechts ist ja hauptsache hoch. Wartet, ich bin hier so schnell. Unten kommt einer eingekommen. Kommt noch zwei weitere? Ja, anscheinend sind es doch nicht so viele. Vorsicht. Oh, an deinen Füßen war jemand. Ja. Ja. Oh Gott, das ist noch so weit weg. 170 Meter. Da kommen noch welche. Oh, das hinlegen dauert ewig. Einer ist links. Ich habe noch zwei. Ich habe noch zwei. Ach, da sind sie ja. Warte. Da ist noch einer. Okay, das war's. Ich verdrück mich immer ständig. Ich hasse den Raum. Da hinten ist noch was, oder? Steht da was? Nee, es sah so aus. Also die Musik verrät's doch schon hier. Noch 100 Meter. Wo, 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 wo? Hinter dir. Ein Riese. Oh, okay. Die laufen links rum. Der Große ist tot. Hier ist noch einer. Hier kommen wir noch drei an die Rand. Äh, zwei. Scheiße. Okay, waren doch drei noch. Einer. Oh, hier ist noch einer. Okay. Radar zeigt noch einen an. Okay, das war's. Okay, zum Durchlauf. Oh, da kommt noch welche. Okay. Ich glaube, die kommen endlich, oder? Es ist doch nicht mehr so weit. Äh, 73 Meter. Hier ist sogar noch ein Schrank, der nicht offen ist. Schön. Ich hack mal kurz. Na, schade, nur Knicklichter. Ja. Ich hätte nur noch einen Schuss in das Schrot, aber da vorne ist das Ziel. Hä? Kommst du, oder? Achso. Oh, Gott. Oh, Gott. Hä? Rein, reinpacken. Ja. Wow, geht nicht. Der packt das nicht direkt rein. Geht nicht. Kann ich noch. Was ist denn jetzt passiert? Was ist denn jetzt? Expedition überlebt. Achso, das hat er erreicht. Das muss er erst so. Oh, vital wärst du kritisch. Ach, Matsch, ich bin zu gesund. Infektionsniveau sauber. War sehr, war sehr ernst, ja. Ich dachte, ich wäre irgendwo runtergefallen, weil am Anfang auch wie so eine Ruhe war. Ich weiß nicht. Nee, ich dachte, die haben jetzt das Ding vielleicht zerstört oder so, dass wir es jetzt verkackt haben. Ja, cool. Psychischer Zustand, instabil. Bei dir ist es unbekannt. Krass. Infektionsniveau, sauber. So, zur Lobby zurückschicken. Neuer Booster. Ja, weil wir davon so viele eingesammelt haben wahrscheinlich. Zehn Stück oder so. Gefangenenkleidung. Irgendwie so eine Kappe mit Maske. Ja, überschüssige Kleidung erhöht die Erfolgschance bei der Räumung von... Achso. Nee, da habe ich mich vorhin ja überverlesen. Ich habe einfach jetzt eine andere Kappe quasi. Yeah. Dann kann man einfach mehr tragen, dann ja. So, warte mal, welchen... Die da war das, oder? Nee, die war so kacke. Die waren Akku auch. Aber das ist ganz schön intensiv, ey. Anstrengend. Schwierig. Und das hier ist ja das erste Level quasi gewesen. Ja. Ja, wir sind ja gerade A1 gewesen. Danach folgt... Wir könnten jetzt mit dem Fahrstuhl A2 fahren oder so. Boah, siehst du aber doch noch nicht alles. Da gibt es ja noch ein Sekundärziel. Und dann gibt es B1, C1, D1 und E1. Unten steht bloß Chaos dran. Boah, ich würde jetzt nochmal eine Runde anfangen. Nee, nee, ich glaube, das reicht erstmal. Cool. Ja, das reicht. Dann danke für's Zuschauen und bis zum nächsten Mal. EIN-GEN-GEN-GEN-GEN-GEN-GEN-GEN-GEN-GEN-GEN-GEN-GEN-GEN-GEN-GEN-GEN-GEN-GEN-GEN-GEN-GEN-GEN-GEN-GEN-GEN-GEN-GEN-GEN-GEN-GEN-GEN-GEN-GEN-GEN-GEN-GEN-GEN-GEN-GEN-GEN-GEN-GEN-GEN-GEN-GEN-GEN-GEN-GEN-GEN-GEN-GEN-GEN-GEN-GEN-GEN-GEN-GEN-GEN-GEN-GEN-GEN-GEN-GEN-GEN-GEN-GEN-GEN-GEN-GEN-GEN-GEN-GEN-GEN Bis zum nächsten Mal.